Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, Wie gewohnt kommt zuerst die Vermittlungsnachricht, die heute wieder positiv ist. Die vor einer Woche vorgestellte Hymnin Lia hat eine Interessentin gefunden. Hund und Mensch lernen sich in dieser Woche noch kennen. Hoffentlich stimmt die Chemie und es gibt für Lia und das neue Frauchen ein Happy End. Von unseren beiden heutigen Vermittlungskandidaten soll als erstes, weil sich das so gehört, das Katzenmädchen vorgestellt werden. Das kleine Tigermädchen ist mit Fremden zunächst etwas scheu, aber beim Streicheln taut es schnell auf. Die Katze wurde im August gefunden und ist seit dieser Zeit in der Archenoa. Schon länger lebt sie dort mit einem schwarzen Katerchen, das hier gleich mit vorgestellt wird. Unser Katerchen wurde Ende Juli gefunden. Beide Kandidaten sind Maikätzchen. Der kleine Moor ist im Gegensatz zu seiner Freundin sehr aufgeschlossen und kennt keine Angst. Sofort fand er die Kamera und den Menschen dahinter interessant. Menschenbezogen sind beide und schmusen gern. Beide leben sehr befreundet in einer WG und es wäre super schön, wenn das Pärchen zusammen vermittelt werden könnte. Das wäre das Beste, mein Tierheimleiterin Katrin Mattes. Zwei Katzen sind pflegeleichter als eine, denn sie kümmern sich umeinander und spielen miteinander. Gut wäre für die Katzen eine ländliche Gegend, wo sie an Freigang gewöhnt werden könnten. Als Stadtkatze käme der kleine Moor nicht zurecht. Er ist zu anhänglich und würde jedermann begleiten. Als reine Wohnungskatze würde es gehen, aber ein Revier zu durchstreifen ist doch das Größte für zwei Katzenfreunde. Beide Katzen wurden in der Archinoa kastriert und sorgen nicht mehr für ungewollten Katzen-Nachwuchs. Wenn jetzt das Wetter ungemütlich und kalt wird, gibt es nichts Gemütlicheres als eine schlafende Katze, oder auch zwei auf dem Sofa zu haben. Bedingung ist es aber nicht, dass die zwei zusammenbleiben, wenn wenigstens eines der Samtwötchen eine Chance bekommt.